Final Cut Pro Mediathek auf einem externen Datenträger erstellen könnt oder halt die vorhandene verschieben könnt. Zunächst der erste Schritt eine komplett neue Mediathek erstellen. In meinem Fall habe ich hier schon eine externe Festplatte angeschlossen. Wir klicken einmal Final Cut Pro an. So, einmal Final Cut Pro gestartet. Wir können hier oben auf Ablage klicken, dann auf neu und dann auf Mediathek. Startmäßig ist als Mediathek Verzeichnis Filme. Können wir uns auch kurz anschauen. Wenn wir nämlich hier unter Filme gehen, ist hier nur von iMovie etwas bzw. verschiedene kleine Ordner von dem Programm. Standmäßig ist es unter Filme. Da wir es aber auf externen Datenträger erstellen möchten, klicken wir auf NTB und nennen es zum Beispiel Final Cut 2017 als Beispiel jetzt. Wir würden jetzt auf sichern klicken und er würde sie dann erstellen. In meinem Fall habe ich schon eine, die können wir uns kurz anschauen. Das ist in dem Fall die Final Cut Pro FCP Bundle. Die hatte ich schon erstellt gehabt. Und wenn wir die zum Beispiel öffnen möchten, klicken wir doppelt drauf und schon öffnet er das. Wir können hier einmal die verschiedenen Einstellungen sehen und hier oben was ausgewählt ist. In unserem Fall ist es jetzt Final Cut. Oh, also die Mediathek hat den Namen gerade so rum. Genau. Und das gleiche geht bei iMovie auch. Bei iMovie können wir uns das auch nochmal anschauen. In dem Fall habe ich auch schon eine erstellt. Öffnen wir mal kurz iMovie. Startet ebenfalls. Gehen wir auch wieder auf Ablage. In dem Fall Mediathek öffnen. Und dann könnten wir zum Beispiel neu machen und in neu wird er wieder eine neue Mediathek anlegen. Und in dem Fall würden wir dann auch wieder die 1TB-Platte auswählen. In Netzwerkverzeichnissen ist es nicht empfehlenswert, da es dann ähnlich wie bei dem letzten Video dazu führen kann, dass es extreme Wartezeiten bzw. extreme Ruckler gibt. Und es somit nicht optimal nutzbar ist, wenn man ein Video schneidet, da die dann Ewigkeiten importiert werden. So. Okay. Dann war es das mit dem Video. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare und einen Daumen hoch. Und sonst... Dankeschön! Bis zum nächsten Mal!